hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans aber heute nicht in meinem from zero to hero account sondern in meinem rathaus 11 account was ich heute mit euch vorhabe ist hardcore farming und wie ihr seht meine truppen sind barbaren und bogies ich möchte euch zeigen dass diese art zu farmen eine durchaus günstige und effektive art ist was ich machen werde ich werde jetzt den den boost ausnutzen und es ist im moment dieser ein gem genau ein gem boost für die für die kasernen und für die für die helden das werde ich ausnutzen werde eine stunde lang farmen weil wenn ihr meinen account hier anguckt da der ist eigentlich max out bis auf den king und ein paar truppen muss ich noch machen und ihr seht ganz krass die mauern ich habe hier sogar noch 10er mauern das möchte ich ändern mal gucken wie weit wir kommen es sind aktuell noch 37 10er mauern zu machen ja und den rest dann halt auf zwölf paar zwölfe habe ich schon ja und dann noch ein paar nicht auf 12 sondern erst auf 11 10 auf 11 und dann von 11 auf 12 so und ich werde in erster linie das erfahren zu machen ihr seht oben in der ecke ich habe 817.000 gold und 294.000 elex ich werde euch die ganzen die kompletten alle farmangriffe ich mache weil ich zusammenschneiden natürlich zwischendrin das werde ich rauskarten wenn die truppen nicht gleich fertig sind es dauert die folge zu lange deswegen legen wir los und sehen was dann nach einer stunde so abgeht bis dann und dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, eine Stunde Farmen ist vorbei. Jetzt schauen wir mal, was wir geschafft haben. 6,4 Millionen Gold und 4,6 Millionen Elixier. Ich muss hier mal wieder neue Truppen bauen. Ich kann euch mal meinen Lock zeigen. Der Angriffs-Lock von der ganzen Zeit. So, jetzt können wir mal schauen. 297, 278, 361. Also ihr seht, da geht schon einiges. Und ihr seht, im Jahre 2020 funktioniert die Barge Barbarians and Archers, also Barbaren und Bogies, zum Farmen mit Rathas 11 in Kristall 1. Wunderbar. Das sind jetzt wieder 10 Millionen Loot, die ich in die Mauern kloppen kann. Wenn euch so eine Art von Videos Spaß macht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.